Der Shop ist ein Stall, wo das Heu drin war. Also ein Heu-Stall, sagen wir, in dem Shop, da stand die Karte drin, wie man sieht, in dem Shop. Und das Heu drin, das Strüch, da war dann auch immer eine Lede drauf und da war auch der Jesus-Stall in einem. Und der Schweine-Stall und der Klo, das war alles so, alles so mit dem Shop. Das Shop ist wohl alles, wie die Medaille angebaut haben, hier. Hier haben wir das Garage verlängert. Dann fragten wir uns, wie heißt das jetzt, was sagen wir dann jetzt? Das ist ein Shop. Nein, das ist ein Shop, kannst du nicht sagen. Das ist kein Shop. Und die Nachbarn sagen, das sind doch Pavillon. Ja, das Shop. So. Was lassen Sie in der Stadt tausendmal? S-H-O-P. Ja? Das hat die auch Shop. So der Shop, das war ein Schuppen. Ein Schuppen, der eigentlich zur Baukultur gehörte. Man hat das Wohnhaus. Und bei einem kleinen Landwirtschaft hat man auch kleine Schühe. Hat man kleine Schühe. Und hat einen Stall. Und hat auch einen kleinen Shop. Und in der Shop kommen die Reiterinnen. Wo zwar nicht der elektrische Rasen mehr. Das war Schachelier und der Vierzand. Und das war alles so. Ja? Das war der Shop. Das war ja福. Ich chop. seeschen ebenso selbstassend.